Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Also Datenerhebung hat schon länger stattgefunden. Die Vereine haben auch schon mit Daten gearbeitet. Ich weiß nicht, wie die anderen Vereine gearbeitet haben. Ich kann nur das erzählen, was ich dann, sage ich mal, gesehen habe. Aber man hatte die Daten, wusste aber nicht wirklich, was damit anzufangen. Und ja, aber damals hat es tatsächlich so mit diesem Daten, mit dem Trend angefangen. Das war wirklich so 15, 16, 17 und dann ging es wirklich der Bitcoin-Kurs nach oben. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge hier im Genius Alliance Podcast. Mein Name ist Norman Müller und mein heutiger Gast, und darüber freue ich mich sehr, ist Dimitri Valiach-Methoff. Dimitri, war das richtig? Perfekt. Wir haben das noch ein bisschen trainiert vorher. Dimitri, du bist CEO und Founder von Webersoft und genau darüber, über euer Unternehmen, über dich und euer Unternehmen, wollen wir heute sprechen. Ihr seid ein Startup am Standort in Coburg und wir hatten endlich die Zeit gefunden, dass wir uns mal zusammen austauschen. Das war lieber auf den ersten Blick. Ihr habt eine richtig coole Sache, also eine richtig coole Software entwickelt. Und die würde ich heute gerne vorstellen im Podcast. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht kannst du noch ein bisschen was über dich sagen. Wer bist du so als Privatperson und was genau machst du beruflich mit Webersoft? Okay. Also danke auch schon mal für die Einladung. Es ist mein tatsächlich erster Podcast. Also Premiere heute. Das ist für mich immer auch was Besonderes, weißt du? Also ich gebe mir jetzt besonders viel Mühe heute. Liest du. Top. Also danke nochmal. Wie du bereits gesagt hast, ich bin der Dimitri. Nachname machen wir jetzt erstmal beiseite. Ist ein bisschen länger kompensierter. Kann man danach googeln und danach schauen. Ich bin der Gründer von Webersoft. Das ist richtig. Wir haben 2000, lass mich überlegen, 21 Oktober gegründet. 20 Oktober, sorry, 20 Oktober, mitten in der Corona-Zeit, genau. Haben wir Webersoft gegründet. Können wir gleich vielleicht um die Vorgeschichte sprechen, wie das überhaupt dahin kam. Und dann ja, jetzt am Standort Rödental, also Coburg, Rödental, sind wir jetzt hier im Gründerzentrum ansässig und nutzen die Räumlichkeiten hier und das Netzwerk und jetzt dann auch dich dann kennengelernt, als du neu dazugekommen bist. Und so sitzt man dann heute hier. Das war ja jetzt eine sehr knappe Geschichte, aber wir werden jetzt da tiefer einsteigen, weil du hast mir die Geschichte, als wir uns kennengelernt haben, schon so ein bisschen erzählt. Mich würde mal interessieren, wenn ich so an die Startups jetzt in unserer Region denke und darüber hinaus, alle, die uns jetzt hier zuhören. Was hat dich damals begeistert, ein Unternehmen aufzumachen? War das für dich immer schon klar? War das familiär, elterlich bedingt und geprägt vorher oder wie kam es dazu? Lass uns da mal anfangen. Eigentlich aus dem Elternhaus nicht, weil bei uns war im Elternhaus das so klassische Zielbild, ein guter Bürojob, dass man mit Anzug hingehen kann und Computer arbeiten kann. Das war so das Ziel, was man verfolgt hatte. Hat auch meine Mutter für mich immer so vorgesehen. Nein, das war ihr Wunsch. Was sie hatte für dich? Nee, das nicht. Mein Onkel war so das Vorbild damals, weil er, also ich bin ursprünglich aus Stuttgart. Ich habe dort, aber kann ich gleich nochmal dazu ein bisschen mehr erzählen. Der hat bei Daimler und Tochterunternehmen von Mercedes gearbeitet. Sprich, das war so ein Ziel, wo man hingesehen hat und hat gesagt, okay, wenn man dort landet, ist es cool, gut, stabiler Job. Das ist die Messlatte. Man muss nicht endlich auf den Bau. Es ist alles sauber am Computer. Das klingt alles so nach diesem klassischen Bild. Das ist alles, wonach man sich sehnt, sagen wir es mal so. Ich habe dann ein Praktikum gemacht in der, ich glaube, achten Klasse, mussten wir eine Woche Praktikum machen. Und da habe ich meinen Onkel gefragt, kann ich das bei dir im Unternehmen machen? Hat er gesagt, ja klar, kein Problem, können wir machen. Und so nach dem dritten Tag wusste ich, das hat nichts für mich. Ich bin nach Hause gekommen, habe meiner Mama gesagt, Mama, so einen Job schaffe ich nicht zu machen, das geht nicht. Ich sage, was, wieso, so eine kleine Welt ist bei dir zusammengebrochen, weil das hat sie für mich halt sich immer gewünscht. Für mich war das halt, man kommt hin, so um acht, man musste um acht da sein. Man hat sich gegrüßt mit den Kollegen, ist an den Rechner hin, dann um zwölf Mahlzeit, danach um eins wieder an den Rechner und um 16, 17, 18 Uhr irgendwann nach Hause. Und das war es. Vielleicht bin ich zur falschen Zeit am falschen Ort, falsche Projekte, falsche Leute, wie auch immer. Aber das hat nicht, sage ich mal, dem entsprochen, was ich mir vorgestellt habe, dass ich mein ganzes Leben lang machen wollen würde. Und da habe ich gesagt, nein, das nicht. Also dann, da bin ich lieber in der frischen Luft, dann gehe ich, keine Ahnung, was machen. Alles, aber nicht das. Das war für mich so dieses Trittste, von früh bis abends das Gleiche machen, Routineaufgaben. Und da war mir klar, nein, das geht nicht. Und meine Mutter und meine Oma haben schon erzählt, dass ich so klein war, mit denen ich gefragt habe, was willst du denn werden? Da habe ich geantwortet und ich kann mich daran nicht erinnern, da habe ich gesagt, ich will wissen, wie die Welt funktioniert. Also ich hatte irgendwie solche Gedanken. Und immer, ich habe irgendwas geforscht, erfunden. Dieses Erfinderische war immer ein Teil von mir. Es hat mich irgendwie immer begleitet und mich haben Sachen immer schnell gelangweilt. Das war so ein Riesenproblem. Ich habe mich halt auf etwas riesig gefreut. Und sobald ich es dann hatte, hat mich unheimlich schnell gelangweilt und ich wollte wieder irgendwas anderes, was Neues machen, das Nächste machen. Und ich glaube, diese Kombi hat zudem geführt, so innerlicher Antrieb, immer was Neues zu machen, ins Risiko zu gehen. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich dann heute so bin, wie ich bin. Wie war das in der Schulzeit? Da gab es ja die Typen, die da so irgendwie so, also, wie soll ich sagen, entweder die Überflieger waren oder die wirklich als Randgruppe irgendwie in Erscheinung waren. Wo warst du da so? Wo kann ich dich einordnen? Warst du immer der Erste, der ausgesucht wurde beim Sport oder so? Ich hole mal da ein bisschen kurz aus. Ich bin ursprünglich aus Kasachstan und bin 1999 nach Deutschland gekommen. Sprich, da bin ich in die dritte Klasse gekommen. Und die dritte und vierte Klasse ist mir sehr leicht gefallen in Deutschland. Dann bin ich aufs Gymnasium gekommen. Und ab dann ging es bergab, was notentechnisch auf jeden Fall, sage ich mal, angeht. Weil der Umstieg von der Grundschule aus Gymnasium war schon dann sehr heftig, weil Deutsch habe ich nicht gut beherrscht. Ich sage mal, bis heute immer noch nicht perfekt. Super. Aber das war für mich halt die größte Hürde. Und dann habe ich eigentlich seit der fünften bis zur dreizehnten Klasse, bis zum Abitur, mich eigentlich durchgekämpft, so durchgerungen. Und also was Noten angeht, war ich nicht der Beste. Ich habe mein Abi mit, ich glaube, 3,5 gemacht, so gerade so durchgekommen. Meine Lieblingsfächer waren aber Sport, Mathe, Physik, kann man sagen. Das waren so meine Schwerpunkte dann auch im Abi. Die ich dann gewählt habe. Und auch da habe ich das dann gerne gemacht, auch gut gemacht. Und der Rest, der mir nicht gefallen hat, habe ich halt einfach nicht gemacht. Und das ist halt ein bisschen angeeckt in der Schulzeit. Aber ich kann mich an eine Sache erinnern. Wir hatten ein Projekt eine Woche lang. Das hieß Polis. Das war jetzt noch wie heute. Und da ging es darum, die ganze Schule ist zur Stuttgarter Messe gegangen und wir haben die Welt simuliert mit anderen Schulen. Sprich, da ging es darum, aus unserer Klasse waren drei, vier Leute für die Wirtschaft. Da waren ein paar Außenminister, da waren ein paar Innenminister, ein paar waren Umweltminister. Und da ging es darum, dass wir für die Wirtschaft tätig waren. Ich und mein heutiger Mitgründer tatsächlich auch. Und da sind wir aufgeblüht, weil da mussten wir mit anderen Schulen kooperieren, Projekte. Wir mussten Rohstoffe einkaufen, verkaufen. Da mussten wir verhandeln. Wir mussten schnell Rücksprache halten mit unserem Team. Und ich glaube, die Woche ist verflogen wie so zwei, drei Stunden. Und das war die schönste Woche in den ganzen neun Jahren, in der ganzen Schulzeit. Und da habe ich auch gemerkt, okay, das ist genau meins. Irgendwie neue Leute kennenlernen. Und dann, sag mal, projektbasiert arbeiten. Und nicht einfach so ausfindig lernen, auskotzen sozusagen und dann wieder weiterlernen. Das war absolut nicht meins. Und in solchen Sachen bin ich halt immer wieder aufgeblüht. Und wenn es um Projekte ging, wenn es um neue Leute kennenlernen ging, wenn es um Organisieren von Teams ging, da habe ich mich immer sehr... Also eigentlich alle Skills, die du brauchst, um ein Unternehmen zu bauen. Also habe ich dann später dann irgendwann gemerkt, ja, dass es dann tatsächlich so war. Aber ich habe es nicht gelernt. Ich habe es nicht gezielt. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Wie kam es dann zur Gründung der Firma? Und vor allen Dingen, vielleicht erzählen wir erst mal, was ihr bei Webersoft macht. Weil dann kann man das besser einordnen. Und dann würde mich die Gründergeschichte mal interessieren. Also wie du auch mit deinem Co-Founder zusammengekommen bist. Also Webersoft, ich versuche es mal ganz einfach und in wenigen Sätzen zu erklären. Wir haben eine Software entwickelt, die es ermöglicht, Fußballdaten zu analysieren. Und zwar für den Profifußballbereich. Also sprich 1. Bundesliga, 2. Bundesliga und im Ausland die gleichen Ebenen. Daten da zu analysieren, um Spieler zu finden, die, sage ich mal, vom Markt vielleicht anders bewertet werden oder falsch bewertet werden. Das Ziel ist einfach dann, dass die Scouting-Abteilung, das ist die Abteilung im Fußballverein, die nach Fußballspielern sucht, nach den nächsten Fußballspielern für den Verein sucht, ihren individuellen Score, ihre individuelle Idee in unserer Software mit Daten abbilden kann und dann gezielt nach ihrem Spieler sucht. Also nicht einfach nur nach Bauchgefühl, sondern tatsächlich einen Verein X-Score bei uns in der Software entwickelt, erstellt und dann danach dann gezielt auch sucht nach den Spielern. Das ist so, sage ich mal, der ganz, ganz grobe Schnelle. Und als du mir das das erste Mal erzählt hast, habe ich sofort an den Film gedacht. Moneyball war es gerade, glaube ich, oder? Genau. Und in diesem Film, und das fand ich richtig cool, also es war sofort der Film, als du mir das gezeigt und erklärt hast. Also ich finde die Hidden Champions, in welcher Fußballliga auch immer, also je nachdem, welche Daten ihr natürlich zur Verfügung habt, aber die entsprechend einem gewissen Profil perfekt in meine Mannschaft passen und die ich natürlich günstiger einkaufen kann, weil die natürlich auf keinem Radar dieser Welt erst mal erscheinen, aber ihr macht die sichtbar mit der Software. Und das fand ich einen super spannenden Hack, dass jedweder Verein, der eure Technologie einsetzt, natürlich die Chance hat, bei den ganz Großen mitzuspielen, weil die Talente zu finden, erfordert ja immer, dass man irgendwo hinfährt, sich das anschaut, wenn man das überhaupt mitbekommt. Aber das Problem habt ihr tatsächlich gelöst. Also das ist der eine Case, also entweder Spieler finden die andere nicht sehen oder auch Spieler dann mal zu bewerten, die man vielleicht länger schon auf dem Schirm hat und auch die ganze Welt kennt, aber dann so zu bewerten, wie man sich seinen Spielstil halt vorstellt. Also nicht einfach sagen, Thomas Müller, der ist gut, das weiß jeder, der ist gut, den kennt man, aber irgendein Verein hat einen ganz bestimmten Score, eine ganz bestimmte Spiele, die sie in den Daten abbilden und da sagt dann der Thomas Müller, der passt zu dir so und so gut dann zum Beispiel. Sprich, da kann man auch bekannte Spieler dementsprechend auch screenen und sagen, wie gut passt er zu mir oder wie gut schneidet er ab anhand meiner Formel. Was ich mir gerade überlege, Dimitri, das heißt aber auch, wenn du alle Daten von mir als Spieler hast, dann siehst du ja auch, wenn meine Konjunkturkurve gegen Ende meiner Laufbahn nach unten geht, oder? Ja klar, da kann man, sage ich mal, Trends erkennen oder Peaks erkennen oder irgendwelche Ausnahmefälle erkennen. Immer gut performt und eine Saison war irgendwas, da lief es halt nicht so gut. Oder am Ende meiner Karriere geht das Ding ja nach unten, weil ich älter bin, weil ich nicht mehr so schnell laufe, weil ich nicht mehr so viele Tore mache. Oder meistens ist es der Fall. Ja genau, und so eine Fußballkarriere ist ja nicht immer so wahnsinnig lang. Das heißt, die müssen ja in relativ kurzer Zeit, deswegen verdienen die auch so viel Geld in den entsprechenden Ligen natürlich, aber die müssen in der kurzen Zeit eigentlich für ihr Auskommen sorgen, weil die ja nicht wissen, wie geht es danach weiter. Oder eine Verletzung kommt und man muss halt mit 25 schon aufhören zu spielen. Ohne jetzt irgendwas zu rechtfertigen natürlich, aber das vergisst man, dass die eine sehr kurze Zeit haben zu verdienen. Nicht alle verdienen die Riesensummen, wie man von den Müllers und Neuers kennt. Es gibt auch Spiele in der dritten Liga oder der zweiten Liga, die verdienen halt dann etwas weniger oder viel weniger Geld und müssen halt auch schauen, dass die in ihren ganzen Karrieren das Maximale rausholen. Gibt es so ein paar Insights, also ein paar Einblicke, die du gewonnen hast, weil ihr die Software einsetzt, die du vorher so nicht kanntest, die man nicht so auf dem Radar hat? Über Fußballspieler? Das Größte ist, dass der persönliche Eindruck, den man so als Fan hat, wenn man die Fußballspiele selber schaut und dann manchmal die Daten eintaucht und sagt, boah, ist ja komplett anders, was ich eigentlich mir so denke, was seine Stärke oder seine Schwäche zum Beispiel ist. Wenn man sagt, der Spieler scheint langsam zu sein und die Daten sagen, der ist superschnell, weil der vielleicht halt einen langen Schritt hat, ein großer Spieler ist und die Schritte nicht so hochfrequent sind und dann sieht das halt langsam aus. Aber bei den Daten ist man, okay, der ist doch richtig schnell. Oder man denkt, der ist ein ganz schlechter Zweikämpfer, weil es sieht irgendwie aus, dass er jeden Zweikampf verliert oder geht irgendwie komisch in den Zweikampf rein und die Daten sagen dann, okay, doch, der gewinnt viele Zweikämpfe, der gewinnt wichtige Zweikämpfe. Aber auch andersrum, man denkt, super Spieler, der hat alles Top-Daten und dann schaut man in die Daten rein, sieht dann doch ganz anders aus. Und das ist auch das, was ich versuche, sage ich mal, immer wieder reinzuwerfen. Der persönliche Eindruck ist super wichtig beim Spielerscouting. Er darf auch niemals wegfallen. Ich sage auch immer wieder, dass Daten niemals eine Entscheidung abnehmen werden. Sie unterstützen eine Entscheidung. Und das ist auch, sage ich mal, unser Satz, mit dem wir immer reingehen, weil sonst führt man sehr schwere Gespräche mit den Scouts, die da schon etabliert sind und so weiter und so fort. Deswegen sage ich immer wieder, wir müssen zusammenarbeiten. Also wir brauchen euch, genauso wie ihr uns. Vielleicht mal das eine oder andere Mal mehr oder weniger. Aber wir brauchen uns gegenseitig. Wir brauchen das Know-how von euch. Und ihr habt ein Tool, was euch dann einfach hilft, und ich denke mal, das ist so die Kombi, die dann die Zukunft dann auch im Fußball hat. Weil die Daten sind im Fußball nicht mehr wegzudenken. Ja, na absolut. Also da gehen wir in die Formel 1, genau das Gleiche. Weil ich finde es ja interessant, welche Perspektive du einfach dadurch noch zusätzlich bekommst. Also ich finde die Diskussion immer schwierig, wenn einer sagt, okay, ersetzt mich die Technologie. Ich würde lieber die Frage stellen, werde ich durch die Technologie zum Iron Man? Ja, kriege ich so einen krassen Anzug, mit dem ich fliegen kann, ja? Aber ist immer noch Mensch drin, ja? Also für mich ist auch so das ganze Thema KI oder Technologie einfach so ein Iron Man-Thema. Also das ist für mich auch einer der Superhelden, der für mich total Sinn macht, ja? Weil Superman kann es irgendwie nicht sein, weil das mit den Augen und Laser irgendwie nicht klappt, ja? Aber Iron Man ist halt da drin Mensch, ja? Und hat halt Superkräfte und kann halt einfach da mal ein bisschen mehr als jetzt ein normaler Mensch. Und das, wenn man sich dieses Bild vor Augen hat, dann versteht man auch, wozu eine Technologie einfach befähigt. Aber ich brauche immer noch Mensch da drin, ja? Ich brauche einen, der da nochmal anders menschlich denkt und kreativ ist. Genau. So, jetzt aber nochmal die Frage nach der Gründerstory und deinem Co-Founder. Wie, warum Fußball, warum eine Software entwickeln? Was geht? Als ich damals auch nach Deutschland kam und die ersten Schritte, sage ich mal, in Stuttgart gemacht habe, hat meine Grundschulärin dann gleich gesagt, wir stecken im Fußballverein, weil da findet man irgendwie Kumpels, da findet man, sage ich mal, schnell zurecht, weil Sport verbindet, Fußball verbindet. Und mein Opa war ein riesen Fußballfan, also riesen Fußballfan, der hat alle Spiele geguckt, hat auch meine Spiele dann alle immer zugeschaut. Und das hat mich dann von klein auf, oder was heißt von klein auf, da war ich zehn, genau von da an geprägt. Aber es war schon früh klar, Fußballer werde ich nicht. Weil du dich wolltest? Nein, nein, das, also. Fähigkeiten? Ich bin beschränkt, was das angeht, einfach gewesen. Man muss halt auch, sage ich mal, gewisse Sachen eingestehen. Ja, okay. Aber trotzdem habe ich dann, ich habe diese Emotionen, oder ich liebe diese Emotionen beim Fußball. Damals das Finale von Manchester United gegen Bayern München, 1999 in Barcelona geschaut. Und bin ein riesen Menü-Fan, also ich leide zurzeit auch sehr, weil die sehr schlecht sind. Aber damals dieses Finale, wo sie in den letzten zwei Minuten von einem 0-1 ein 2-1 machen, das hat so irgendwas bei mir ausgelöst. Und ich dachte mir, wow, Fußball ist das Schönste, was es überhaupt gibt. Also so als Hobby, als was man im Fernseher schauen kann. Bevor ich einen Film gucke, dann schaue ich lieber ein Fußballspiel. Und das hat mich dann so die ganze Zeit geprägt. Und in Stuttgart ist, oder in unserem Ortsteil in Stuttgart war Fußball sehr präsent. Wir waren Multikulti. Wir waren türkische, polnische, afghanische, syrianische, irakische, Sri Lanka, deutsche, italienische, alles zusammen. Aber alle haben Fußball gespielt. Also Schule, nach Hause gekommen, Schulranzen in die Ecke und Fußball. Das war so die ganze Story, die wir hatten. Und dementsprechend habe ich dann auch gesagt zu meiner Mutter, er sagt, diesen Job, wie mein Onkel den macht, den will ich nicht, den kann ich nicht machen. Da hat sie gesagt, was fühlst du denn werden? Ich will Fußballmanager werden. So, einfach mal plops gesagt. Gut, das stand dann, das war im Raum, aber das war, da war ich auch sehr, sehr jung. Keine Ahnung, 13, 14, 15. Aber trotzdem habe ich mir als Ziel gesetzt, ich will irgendwas im Fußball machen. Ich wollte unbedingt im Fußball arbeiten. Abis schlecht abgeschnitten. Sportstudium ging nicht, weil Note zu schlecht. Danach habe ich gedacht, gut, ich studiere. Dann habe ich BWL studiert, weil das macht man dann halt, damit kommt man irgendwie überall rein. Das habe ich in Coburg dann tatsächlich studiert. Bachelor BWL gemacht, Master Informatik anschließend, weil ich im Bachelor den Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik hatte. Da habe ich gedacht, okay, gefällt mir eigentlich ganz gut. Da hatte ich auch die ersten Berührungspunkte mit Daten. Und während meines Bachelors habe ich meine erste Firma eröffnet. Und zwar ein bisschen Social-Media-Beratung für Handwerksfirmen, Homepage bauen, einfach um sich den Traum, Selbstständigkeit zu verwirklichen und ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen, damit das Studium etwas angenehmer wird. Und dann hat die Sport-Business Campus aufgemacht bei Greuther Fürth. Und die haben eine Weiterbildung angeboten zum Fußballmanager. Und das war für mich so dieses... Das war ein Geschenk. Eureka. Da dachte ich, da muss ich hin. Das war eine Weiterbildung, die hat ein Jahr gedauert. Aber da hatte ich gerade meinen Master angefangen. Sprich, ich musste parallel meinen Master machen und die Weiterbildung. Ging dann aber doch einfacher, als ich dachte. Und am Ende dieser Weiterbildung musste man eine Abschlussarbeit machen. Und die Themen wie Merchandising, Ticketing-Verkäufe, Stadionauslastung und sowas wollte ich nicht machen. Ich habe mir gedacht, ich mag Daten. Das hat mir im Studium bisher immer sehr gut gefallen. Ich mag Daten visualisieren. Dann schaue ich doch mal, welche Rolle Daten im Transferprozess spielen. Weil das hat mich ja meist interessiert, dieser Transferprozess. Hat sich dann herausgestellt, nicht so viel. Das war das Jahr 2015. Da gab es einen Fall, der FC Mütterland war damals der Vorreiter. FC Mütterland ist ein dänischer Verein und ist dann Meister geworden. Nach der Übernahme von Matthew Benham. Und Matthew Benham hat eine Wettfirma gehabt, die anhand von Daten Fußballwetten platziert hat. Da hat er mit dann so viel Geld verdient, dass der FC Mütterland sich da eingekauft hat. Den ganzen Verein umgekrempelt hat, alles auf Daten umgestellt hat. Und dänischer Meister wurde. So als Underdog. Das ist, wenn jetzt irgendein kleiner Verein in der ersten Bundesliga auch Meister wird aus dem Nix. Und da wurde ich hellhörig. Weil ich habe dann recherchiert. Es gab nicht viel. Weil die geben halt nichts Preis. Aber was man rauslesen konnte war, sie haben nach Spielern gesucht und sie haben Spieler gefunden, die andere falsch bewertet haben, die andere gar nicht erst gesehen haben. Da habe ich gesagt, okay, cool. Das will ich auch machen. Das habe ich vorgeschlagen als Abschlussarbeit-Thema. Ich sagte, okay, wenn du da was machen kannst, dann mach. Wir kennen es da nicht aus, aber wir vertrauen dir da mal. Dann habe ich einen Datensatz gefunden, einen Beispieldatensatz gefunden. Und angefangen hat, irgendwas zu basteln. Also ich habe mich da wirklich verwurschtelt, gemacht, gemacht, gemacht. Und irgendwann habe ich so auch diese Idee halt, sage ich mal, übernommen, um unterbewertete Spieler oder falschbewertete Spieler anhand von Daten zu finden. Das war ein Premier League-Datensatz, also aus England, der höchsten Spielklasse. Und dann habe ich so eine Art Formel gebaut. Formel gebaut, um gute Spieler zu finden erstmal. Meine Formel muss ja passen. Sprich damit die sehr, sehr guten Spieler wie Aguero damals oder Vincent Kompany da auftauchen. Sprich eine gewisse Bestätigung der Formel, dass sie stimmt. Und dann neben diesen Kompany und Aguero, wie sie alle heißen, habe ich nach Spielern gesucht, die auch sich in diesem Bereich aufhalten, aber von kleinen Vereinen sind und unbekannt sind. So habe ich ein paar Spieler gefunden. Das dann vorgestellt als meine Abschlussarbeit. Und das hat sehr großen Anklang gefunden. Und ich durfte das bei Gräuter Fürth direkt vorstellen. Sehr cool. Und das war so mein erster kleiner Durchbruch, wo ich dachte, genau das wollte ich. Ich wollte rein in die Fußballwelt, weil da reinzukommen ist unheimlich schwierig, wenn man keinen kennt oder keine Kontakte hat. Das ist nämlich jetzt meine nächste Frage, weil da stößt du ja in einem Bereich vor. Da ist ja nicht so, dass irgendwie die Türen alle auf sind, sondern das ist nur über Netzwerke möglich. Ja, aber wie hat Gräuter Fürth reagiert auf das Ganze? Da musste ich das Ganze, was ich dort vorgestellt habe, also beim Sportbusiness Campus, nochmal vor Gräuter Fürth vorstellen. Und da war die ganze Delegation, also Trainerteam, Sportdirektor und technischer Direktor und und und. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es waren viele Leute. Ich war sehr nervös, tatsächlich, weil da saß die geballte Fußball-Expertise vor mir und ich war damals 26, 25, sowas. Und musste das vorstellen, habe alles erzählt, vorgestellt, es kamen ein paar Rückfragen, aber eine Person saß da vorne und hat sehr kritisch geguckt. Und das war der damalige Sportdirektor Michael Mutzow. Ich dachte mir, verdammt, weil denen gilt es eigentlich zu überzeugen, wenn der das will, dann steigt meine Chance, dass da was klappt. Und dann am Ende meldet er sich und sagt, das ist genau das, wonach ich die letzte Zeit gesucht habe. Weil er war auch, oder ist datenaffin, konnte aber nichts noch mit diesem Thema anfangen. Das war sehr roh, sehr frisch damals. Und dann kam Michael mit diesem Thema auf und es hat wie die Faust aufs Auge gepasst. Ich war da auch gar nicht weit. Ich habe einfach irgendwelche Daten analysiert, eine Formel gebaut, aber er hat gesehen, was für ein Potenzial da ist. Und da war er halt, er war der Mann am richtigen Ort, zur richtigen Zeit dann tatsächlich. Und du auch, das muss ja immer matchen. Ich auch, genau. Das unterschätzt man ja. Ja, absolut. Genau, und dann haben wir angefangen in Fürth zusammenzuarbeiten. Dann ist der Kontakt abgerissen. Ich habe dann gedacht, okay, gut, jetzt geht es langsam dem Ende zu, weil mein Studium ging auch zu Ende. Ich wollte mich nicht bewerben, weil, wie ich vorhin erwähnt habe, ich konnte mir nicht vorstellen, in einem Unternehmen zu arbeiten, als Angestellter. Ja. Und dann kam der andere von Michael Mutzl wieder. Er hat gesagt, ich gehe jetzt weg von Fürth und übernehme die Scouting-Abteilung von der TSG Hoffenheim. Hast du Lust, dort das Thema wieder vorzustellen und dort eventuell anzufangen, im Datenscouting dann auch zu arbeiten? Ich sagte, ja klar, also ich war da auf Abruf sofort bereit, bin dann hingefahren. Das war genau die Zeit, wo Hoffenheim ganz, ganz unten stand. Ich glaube, zwei, drei oder vier Tage später, nachdem ich dort angekommen bin, wurde Julian Nagelsmann als Trainer vorgestellt. Und dort war dann das Thema, die Scouting-Abteilung datenorientierter zu machen. Sprich, wir haben die Daten eingekauft, also die TSG Hoffenheim. Wir haben die Spielidee, die der Verein hatte und die Philosophie versucht, in Daten abzubilden, optimal. Und dann anhand dieser Formeln, dieser Vorgaben in den Daten nach Spielern zu suchen. Und ich war dann seit Anfang 2016 bis 2020, 2021, habe ich dann mit der TSG Hoffenheim, also die waren Kunde von mir, dann zusammengearbeitet. Und wir hatten eine sehr mega spannende, erfolgreiche Zeit. Julian Nagelsmann hat die TSG Hoffenheim auf dem 17. Platz übernommen. Zwei Jahre später Champions League gespielt. Also alles erlebt. Das ergeht nicht. Alles erlebt. Aber was mich wundert ist ja, und damit dürftest du ja eine der Personen sein in Deutschland, im deutschen Fußball, die angefangen haben, wirklich Daten zu benutzen. Also nicht nur Daten zu erheben, sondern diese auch zu analysieren und zu nutzen, um die Teams zu optimieren. Also Datenerhebung hat schon länger stattgefunden. Die Vereine haben auch schon mit Daten gearbeitet. Ich weiß nicht, wie die anderen Vereine gearbeitet haben. Ich kann nur das erzählen, was ich dann, sage ich mal, gesehen habe. Aber man hatte die Daten, wusste aber nicht wirklich, was damit anzufangen. Und ja, aber damals hat es tatsächlich so mit diesem Daten, wie soll man es sagen, mit dem Daten, mit dem Trend angefangen. Ja. Das war wirklich so 15, 16, 17 und dann ging es wirklich, wie der Bitcoin-Kurs, nach oben. Also dann kamen die Firmen, Datenfirmen aus dem Boden, wie die Pilze, neue Datenanbieter und so weiter und so fort. Damals halt richtig, richtig spannend. Und das ist übrigens auch ein tolles Beispiel für alle, die jetzt hier uns zuhören oder deine Story jetzt hier anhören, wie Unternehmen mit Daten teilweise umgehen und umgehen könnten. Weil das, was du gerade beschrieben hast, das passt wie die Faust aufs Auge für viele Unternehmen. Also man erhebt Daten, man weiß gar nicht, auf welchem Schatz man sitzt. Aber man könnte schon dafür sorgen, dass man von Platz 17 auf Platz 1 kommen könnte, wenn man diese Daten nutzbar machen würde, analysieren würde und dann entsprechende Rückschlüsse ziehen würde. Aber ich will eines sagen, ich bin nicht für den Platz 1 oder so verantwortlich, auf keinen Fall. Nee, nee, das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Ich schreibe es mir nie auf die Fahne, auf die ganzen Transfers. Du bist sehr bescheiden. Ja, aber das ist halt so, dazu gehört ein ganzes Team. So sieht es aus, was muss man nicht sagen. Es ist nicht so, dass man sagt, hier die Daten, man drückt den Knopf und der Spieler ist da. Nein, nein, also Daten ist auf jeden Fall Teil des Prozesses. Heutzutage ein sehr wichtiger Prozess, damals auch jeder gewesen. Und es war was Neues, komplett Neues. Aber ich habe gesehen, vom innersten Kreis, wie der Scouting und Transferprozess abläuft. Da gehören so viele Sachen dazu. Und am Ende, darf man nicht vergessen, ist es immer noch ein Mensch, den muss man dann kennenlernen, den muss man mal einladen. Und dann gehört es noch den anderen Verein, dann gibt es noch einen Berater und, 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 und. Sprich, Daten ist ganz, ganz, ganz am Anfang, da sind die Daten da. Oder schon durch, nochmal um einen Zwischencheck zu machen. Aber ich sage halt immer wieder, es ist das Spitzensport. Also wir bewegen uns da auf dem höchsten Niveau. Da ist jeder bei zwischen 90 und 100 Prozent irgendwo. Und diese 0,1, 0,2, 0,3 oder 1 Prozent, das ist vielleicht, was Daten dann am Ende ausmachen. Und die habe ich vielleicht ab und zu mal beigesteuert. Aber ich schreibe mir auf keinen Fall irgendwelche Transfers zu, weil da gehört ein ganzes Team dazu, auf jeden Fall. Also es hört sich immer an. Oder ich könnte es so verkaufen wie die Moneyball-Story. Ich habe da alle Spieler gefunden und was weiß ich was alles. Aber ich verstehe es nicht. Nein, das ist nicht so. Jetzt, wenn man dir zuhört, und so ging es mir am Anfang auch, als wir uns das erste Mal unterhalten haben, dann versteht man das mit den Daten, mit den Analysieren, welche Vorteile das bietet. Also eigentlich müsste es doch so sein, dass die Fußballvereine, vor allen Dingen die in der ersten Liga, in Rödenthal Schlange stehen, ich Nummern verteile, damit die mit dir reden können. Während dein Aston Martin im Hof auf Hochglanz poliert wird. Wie ist der Zugang, also wie ist das, wie nehmen die das an, wie gestaltet sich der Markt, wie herausfordernd ist der Markt, auch für ein Unternehmen, wie ihr es seid, wie du gegründet hast, das zu etablieren? Im Fußball ist es unheimlich schwer, sage ich mal. Also der Sales-Prozess, wenn man da mal anfängt, dauert es unheimlich lange. Also ich kenne es auch von anderen Unternehmen. Wie lange ungefähr? Kann auch ein Jahr dauern. Kann ein halbes Jahr dauern. Wenn man jemanden gut kennt und dann vielleicht eine Woche. Aber es ist ein People-Business, ne? Ja, ja, klar, definitiv, definitiv. Also damals war der Sales-Prozess, wenn man ganz, ganz am Anfang ist, war der nicht lange, weil der Michael Mutzler hat es halt gleich gefallen und hat gesagt, will ich. Und dann war das Thema gegessen. Aber jetzt ist A, die Zeit eine andere. Es gibt viel mehr auf dem Markt, was Daten angeht. Also Datenanbieter, Datenveredler, Datenanalysten. Das Thema Daten ist jetzt wirklich sehr, sehr, sehr präsent. Und man denkt halt immer, Fußball ist so diese Branche mit unendlich Geld. Und man muss nur einfach mit einer guten Idee antanzen und das wird ja hinterhergeschmissen. Das ist nicht der Fall, weil investiert wird in Spieler, in, ich sag mal, Trainer, in das Personal. Da fließen die hohen und die großen Gelder und Gelder. Aber alles andere, drumherum muss man kämpfen, auf jeden Fall. Und klar, es gibt einen Markt und man muss sein Produkt erstmal auch positionieren können. Und manchmal wird der Mehrwert von uns nicht erkannt. Dann ist es Überzeugungsarbeit und das dauert halt alles, dauert, dauert, dauert. Es ist halt ein sehr spezieller Markt. Es ist nicht so, dass man 20.000 Fußballvereine in Deutschland hat und die eine nach dem anderen abklappern könnte, wie es vielleicht kann ein Automobilhersteller oder Maschinenbauunternehmen gibt. Ist es leider nicht. Es gibt 18 Bundesligisten. Es gibt 18 Vereine aus der zweiten Bundesliga und dann auch 20 aus der dritten Liga. Das ist der Markt. Und da tummeln sich in Deutschland zumindest alle Unternehmen, auch Milliardenunternehmen, also ganz große Haie. Und gegen die müssen wir dann auch ankämpfen. Ja, aber Respekt, was ihr erreicht habt. Das musst du erstmal machen. Da musst du erstmal reinkommen. Stand jetzt zwei Kunden. Ja, wir können ein Büro bezahlen hier. Wir haben zwei Vollzeitentwickler. Wir haben eine Data Scientistin eingestellt als Werkstudentin. Also ein bisschen haben wir schon was, aber es muss natürlich jetzt auch weitergehen. Ja, wir reden gleich nochmal über euer Asset und was, wie man damit weitermachen könnte. Das ist ja auch ganz interessant vielleicht für andere Startups, die vielleicht an genau so einem Punkt kommen, wo sie eigentlich nicht wirklich weiter eine Marktdurchdringung schaffen können, wo man dann so einen Sidestep machen kann und vielleicht eine andere Strategie übernimmt. Lass uns mal über dein Team sprechen. Ich durfte nämlich den Anton kennenlernen letztens. Liebe Grüße an dieser Stelle an ihn. Erzähl mal, wie habt ihr euch kennengelernt? Beste Freunde, so mein Stichwort. Ja, wir haben uns in der neunten Klasse kennengelernt. Da kam er auf meine Schule. Auch spannende Story. Ich hoffe, ich darf sie erzählen. Wenn nicht, Anton, sorry. Hau raus. Er ist auf seiner alten Schule nicht zurechtgekommen, auch sitzen geblieben und hat dann die Schule gewechselt, ist zu uns gekommen. Und Anton ist ein sehr, sehr smarter Typ und kam dann bei uns super zurecht. Und das war, da kam er in die Klasse rein, sagt, ja, ich bin der Anton. Und ich saß in der zweiten, dritten Reihe. Ich dachte, okay, cool, dann spreche ich mal danach an. Nach der ersten Stunde, dann bin ich zu ihm hin, sag, hi, ich bin der Dimi, hi, Anton. Und seitdem fertig, das war es. Also es war ganz, ganz unkompliziert. Wir kamen sofort am zweiten Tag, hat er mich schon zu ihm eingeladen nach Hause. Also es hat sofort funktioniert, ohne irgendwelche Wenn und Abers. die Chemie war da, sagen wir es mal so. Hat gepasst. Und da haben wir auch schon immer großgeträumt, wir müssen irgendwas machen. Wir müssen irgendwas machen zusammen. Und dann, ja, jetzt haben wir uns den Raum verwirklicht. Was macht er im Unternehmen? Also wie habt ihr euch die Arbeit aufgeteilt? Er ist eigentlich das Gleiche wie ich. Also wir sind beide, sage ich mal, dieses Strategische, dieses Business Development, also mit Kundenkommunikation und so weiter und so fort. Und das ist, er ist eine Kopie von mir und ich bin eine Kopie von ihm. Wir ergänzen uns. Weil das ist ja immer die Frage nach den Foundern, inwieweit die sich komplementär ergänzen. Aber bei euch scheint es deckungsgleich zu sein. Genau. Also er ist, ich bin ein bisschen so der emotionalere vielleicht Typ. Anton ist der analytische. Ich glaube, da ergänzen wir uns ganz gut. Und dann habt ihr den Bruder von Anton noch als Entwickler. Ja. Der, wenn ich das richtig im Ohr habe und das so einschätze, also was du mir gesagt hast, oder ihr beide, Anton und du, ein echt der Wahnsinn-Koryphäe sein muss in der Entwicklung, also als Coder. Also so sehen wir das. Und ich denke mal, das ist auch tatsächlich so, weil egal, wen wir die Software zeigen oder unsere Fortschritte sehen und dann erfahren, dass es bis zu einem gewissen Zeitpunkt er alleine alles gemacht hat, dann schauen alle erst mal auf. Das heißt, ihr seid eigentlich das Core-Team. Genau. Wir haben zu dritt gegründet. Stark. Also liebe Grüße an dieser Stelle an die beiden, weil ich glaube, das ist super wichtig. Also das ist ja auch das, was wir bei Investorengesprächen immer wieder sehen. Das Team ist natürlich auch mit entscheidend, wenn nicht sogar der Faktor am Ende. Also gerade wenn es auch um Technologie geht, um Entwicklungen geht, wie das Programmieren von irgendetwas, dann ist halt wichtig, wer sind die, die das nicht nur am Frontend verkaufen oder anbieten oder aktivieren oder was soll ich sagen, akquirieren, sondern auch am Ende, inwieweit die Kompetenz in-house ist, das wirklich auch zu stemmen. Jetzt habt ihr ein super klasse Asset. Und als ich das mir angeschaut habe, von der Usability mega cool. Also ich brauche immer, wenn es um so digitale Themen geht oder Technologiethemen, auch immer so eine digitale Haptik. Weißt du? Also ich muss auf den Bildschirm gucken und das muss einfach Spaß machen. Und das ist aber nicht Usus, weil eigentlich sind Entwickler eher daran interessiert, wie geil designt ist der Code und wie funktioniert das alles und Funktionalitäten steht über allem. Und ich bin sowieso anders geprägt, aber ich denke mir auch, ein Kunde kauft das einfach nur dann, wenn es halt auch nicht nur geil funktioniert, sondern auch von der Handhabung her super einfach ist. Und das ist wirklich Fußballmanager, den man da bei euch spielt in der Software. Also es sieht wirklich cool aus mit den Karten und Verbindungen und so weiter. Gebe ich ja noch weiter. Also jeder, der hier zuhört und interessiert ist, muss sich das unbedingt mal in der Demo angucken. Sehr, sehr geil. Und dann, das wollte ich eigentlich sagen, habe ich mir überlegt, ja wie cool wäre das denn, wenn man diese Technologie nutzen würde, um es zu adaptieren, zum Beispiel im HR-Bereich, warum nicht auch die Hidden Champions in einem großen Unternehmen finden? Gab es da schon mal Gespräche und Ambitionen, das vielleicht mal anders einzusetzen, anderweitig zu verwenden? Also eine große Delegation war mal hier im Gründerzentrum. Das ist ein großer Automobilzulieferer. Ja, von Skoburg und Bamberg. Und die hatten dann auch, oder die Idee oder mal angefragt, ob man sowas nicht auch auf interne Mitarbeitersuche ummünzen könnte oder so eine Taskforce bilden könnte. Der Use Case war zum Beispiel, eine Lieferkette bricht zusammen durch irgendwelche Probleme, welche auch immer. Und dann werden Experten gesucht, irgendwelche fünf Leute, die bestimmte Skills haben. Es muss einen geben, der mit der Logistik sehr, sehr fit ist. Dann muss einen, der Spanisch kann. Dann braucht man eine Führungskraft, die noch bestimmte Projekterfahrung hat. Und das könnte man, wenn man jetzt 30.000, 40.000 Mitarbeiter hat, man kennt ja sie nicht alle, und bevor man dann anfängt, irgendwelche Abteilungsleiter rumzusuchen, rumzufragen, ob jemand jemanden kennt, könnte man das in so einer Software zum Beispiel abbilden, wenn man die Daten hätte. Zu sagen, ich suche nach Mitarbeiter, der das und das hat, die und die Erfahrung hat. Und dann werden auch wie Fußballspieler bei uns dann auch Mitarbeiter rausgesucht, die sagen, die könnten hier dein Team sein für diese Taskforce. Das war so die Idee. Sehr cool. Also das Team, also adaptiert ist das Team natürlich auch das Team, was auf dem Rasen steht. Also das hat ja auch, die haben ja auch unterschiedliche Fähigkeiten, im Sturm, in der Abwehr und so weiter. Und dann gibt es eine Aufgabenstellung, dann kann das gematcht werden, weil die Daten ja im Unternehmen vorliegen. Und das ist eine super coole Story. Wie ging das weiter? Und gab es schon mal noch andere Anfragen danach zu dem Thema? Also wir haben dann mit Brose auch ein paar Workshops gemacht. Die waren auch sehr, sehr gut, sehr informativ. Die Köpfe haben geraucht, wie das halt so bei solchen kreativen Themen ist. Die haben sich leider anderweitig entschieden für eine interne Lösung. Ja, okay. Wie so auch immer ist, sage ich mal, ist egal, war wahrscheinlich für die die besser, einfacher bis jetzt. Ist jetzt so. Aber trotzdem war es eine gute Erfahrung, um zu sehen, dass es, wenn du so ein Produkt hast und das klappt schon irgendwo gut oder findet Anklang in einer gewissen Branche, da darf man sich halt nicht verschließen und sagen, das klappt nur hier im Fußball, sondern man muss ein bisschen den Horizont auch erweitern. Vielleicht klappt es auch in der Medizin, im Personalwesen, im Agrarwesen, wo auch immer. Also das ist, weil im Endeffekt Daten ist heutzutage überall präsent. Das Thema Daten und Daten allgemein sind ja überall da, in großen Mengen verfügbar. Dementsprechend, das ist so gewissermaßen unsere Expertise, Daten sichtbar zu machen, Daten, wie soll ich sagen, veranschaulichbar zu machen, um Entscheidungen zu treffen. Und dieser Use Case ist eigentlich unabhängig von der Branche. Ich möchte natürlich, solange es geht, oder ich möchte eigentlich immer im Fußball was machen und das ist mein Baby, das sind die Emotionen, wieso ich Unternehmer geworden bin und das möchte ich eigentlich für immer machen. Aber wenn solche Sachen dann natürlich auftauchen, dann darf man sich nicht verschließen. Dann muss ich dann auch wieder Unternehmer sein und auch wirtschaftlich denken. Und die Breite gehen. Ja, absolut. Ja, ich wünsche dir und euch natürlich ewig viele Vereine, die euch noch entdecken und das auf internationalem Niveau. Da lässt sich sicher das eine oder andere noch machen. Auf der anderen Seite aber auch das Entdecken, was ihr da gebaut habt, ist wirklich sehr wertvoll. Also allein schon im Personalbereich, also im HR-Bereich, einer mittleren bis großen Company, ist, denke ich, also gerade in Zeiten des Fachkräftemangels, werden die Leute dich nach dieser Podcast-Folge einfach anrufen müssen, weil es einfach da nicht so viele richtig gute Lösungen gibt. Welche Rolle, das ist natürlich eine wichtige Frage, die ich stellen muss, welche Rolle spielt künstliche Intelligenz für euch jetzt mal in die Zukunft? Also allgemein in der Fußball-Datenbranche nimmt es jeder in den Mund aktuell. Jeder ist ein KI-Datenunternehmen. Was ich halt denke, ich hole jetzt ein bisschen aus, viele verwechseln Statistik, Stochastik und KI. Nur wenn man sagen kann, Messi hatte diese Daten, jetzt hat dieser Spieler diese Daten und ich habe mit einer KI da was predicted. Sozusagen ist es noch lange, noch lange keine KI, aber viele versuchen das halt als KI zu verkaufen, weil KI klingt sexy. KI ist der neueste Trend. Muss man haben, muss man haben. Wir sind aber, das spielt bei uns intern immer eine Rolle. Wir verfolgen da die Trends, aber wir müssen auch so weit ehrlich sein, dass wir A nicht die Expertise haben, wo jetzt einer von uns sofort da was entwickeln kann. Also Stand jetzt ist es bei uns nicht irgendwie etabliert in der Software oder integriert, aber wir machen immer wieder paar, sage ich mal, Tests, Use Cases gehen wir durch, wir besprechen das immer wieder, es ist immer präsent, weil man kommt nicht drumherum und früher oder später muss es auch in irgendeinem Fall bei uns in der Software eingebunden sein, weil nicht, weil man der Zeit dann hinterherläuft, sondern es ist einfach nur zu schade, nicht diese Technik zu nutzen. Aber so ehrlich müssen wir sein, dass wir Stand jetzt nicht haben. Fehlt die Expertise bei uns intern, aber es ist ein Thema definitiv und ich sehe das auch als wieder eine Kombi. Also das wird nichts ersetzen, das wird keinen Scout ersetzen, der Scout wird einfach mehr Zeit für andere Sachen haben, er wird effizienter arbeiten. Auch bei uns werden sich dann vielleicht ein paar Sachen ändern, wir werden wieder Zeit für andere Aufgaben haben, weil die KI ein paar Sachen übernehmen wird. und das, also Angst haben wir davor nicht, einsetzen wollen wir das unbedingt, wissen wir noch nicht, wie und wo. Ideen sind da, aber Expertise fehlt noch. Ja, na gut, ich meine, deswegen kennst du ja jetzt mich, ja, und wir haben ja mit der Atex Solution zum Beispiel auch die ersten Startups bei uns am Standort, mit denen man in der Kooperation dann ja solche Aufgaben lösen kann, ja, das, ich glaube, man muss selber nicht unbedingt die Expertise zu Beginn mitbringen, vielleicht später aufbauen, eh klar, ja, aber ich meine, ihr seid schon so weit, ja, da ist ja das Thema KI anflanschen dann einfach nur noch ein weiterer Schritt, aber ohne Probleme machbar, ja, wir brauchen ja eigentlich eher die Projekte, die es vielleicht da draußen gibt. Sag mal, das ist doch auch für andere Sportarten ein Thema, nehmen wir mal Basketball oder sowas, oder? Es ist ja nicht auf überall gut Daten gibt und man nach Champion sucht oder vielleicht auch das eigene Team analysieren möchte. Also nicht nur neue Spieler finden, sondern das eigene Team auch analysieren möchte, wo sind meine Stärken, Schwächen, wo sind meine verborgene Stärken, die ich vielleicht nicht benutze oder wo sind meine Schwächen, die ich nicht auf dem Zettel habe. Also eigentlich, wo es Daten gibt, da sind wir dabei. Ja. Sehr cool. Lieber Dimitri, wir sind so fast am Ende unserer Podcast-Folge, um das jetzt auch nicht maßlos zu strapazieren. Ich möchte aber unbedingt den Aufruf machen an alle, die jetzt hier zuhören und deswegen habe ich gerade gemeint, wenn jemand da draußen auf Basis von Daten Champions sucht, super gerne Priorität 1 Fußball, dann nach alle weiteren Teamsportarten, um dann abzubiegen in die HR-Abteilung großer Firmen oder auch mittlerer Firmen, die aus den Daten wirklich was machen wollen, dann ist es echt eine gute Idee, sich mit dir zu connecten. Das Thema KI bringen wir auch noch mit drauf und dann haben wir, glaube ich, einen unglaublichen Wettbewerbsvorteil für jedes Unternehmen, die einfach nach Fachkräften oder nach wirklich guten Leuten im Team suchen. Cool. Dimitri, genau, ich habe noch so eine kleine Q&A-Session mit dir vor. Ich stelle dir ein paar Fragen, die du nicht kennst und du versuchst zu spontan zu antworten, wie es irgendwie geht in einem Wort oder in einem Satz. Die Frage Nummer 1, was würde uns an dir überraschen? Gibt es irgendeine Eigenart, irgendeinen Spleen, den keiner kennt und den du hier mit uns teilen möchtest? Mir überraschen. Ich bin manchmal sehr, sehr süchtig nach Süßem. Also ich muss mich da sehr bremsen. Eigentlich, ich versuche mich höchstens disziplinierter zu verhalten, aber manchmal artet es aus. Was ist das dann so? Wenn es dann Cookies rumliegen oder irgendwas, dann werden die vernichtet. Okay, so kriegen wir dich. Okay, das verstehe ich. Kann ich total nachvollziehen. Wie schaffst du es, produktiv zu sein? Gibt es irgendwelche Tools oder Rituale oder Disziplinen, wo du sagst, das brauche ich, damit ich so durch meinen Tag komme oder damit ich das Ich brauche. Ich habe bei mir, das musste ich auch lernen mit der Zeit, ich brauche Routinen, weil sonst ist Chaos bei mir. Also wenn ich mir nicht, es gibt Menschen, die kommen zurecht mit Chaos, aber bei mir, nein, bei mir muss es strukturiert sein, ich muss meine Aufgaben irgendwo mal aufschreiben, so einfach in den Tag rein und dann mal gucken, was passiert. Ich habe gemerkt, dann werde ich so unglücklich und schaffe gar nichts, weil gefühlt mache ich alles, aber meine doch nichts. Deswegen muss ich mir alles schön strukturieren immer. Wie machst du das? Welche Tools nützt du da? Ich habe schon viel versucht. Wir haben auch Trello bei uns zum Beispiel. Wir haben Slack zu organisieren, aber irgendwie irgendwie mag ich einen Zettel, was hinzuschreiben, mein Büchlein, was hinzuschreiben, wegzustreichen, weil ich so alt bin oder nicht, aber irgendwie ist es so, bin ich zu diesen Oldschool-Tools sehr verbunden. Ja, es geht mir aber auch so. Ich habe auch gerade vorher noch mal ein Buch schnell geholt. Es geht einfach, weißt du, was mich nervt? Ich finde, ich bin ja total digital, das ist mein Ding, aber wenn ich dann so mit Tablet und Stift und dann machst du das Ding auf und der Akku ist leer, weißt du? Das ist einfach, ich mag einfach dieses Schreiben, Papier, so ein ehrliches Stück Papier. Das hat schon was. Ja. Ja. Nächste Frage. Welchen Podcast hörst du denn so? Wen kannst du uns empfehlen? Gibt es so eine Wissensquelle, wo du sagst, hey, den muss ich einmal die Woche ein bisschen hören? Ich höre immer Freitag, Lanz und Precht. Alex Friedman ist auch permanent dabei. Andrew Huberman, Gary Breaker ist jetzt frisch rausgekommen, ist auch sehr, sehr, also da geht es viel um Gesundheit, also Health-Themen. Joe Rogan immer wieder mal, wenn er coole Gäste hat. Der Meister. Das dann mehr Unterhaltung. Ja. Das waren, glaube ich, und so halt, wenn einer mal dazwischen schießt, mal Tim Gabel oder sowas, höre ich mal immer wieder rein. Das ist auch, wenn er mal coole Gäste hat. Cool. Ja. Haben wir alle? Okay. Gibt es ein Buch, was du empfehlen kannst? Gibt es ein Buch, was für dich so ganz persönlich einen großen Mehrwert hatte? Was du, muss jetzt kein Fachbuch sein oder so, irgendwie ein Game-Changer-Buch? viele Bücher gelesen, diese, also ich lese eigentlich keine Romane oder sowas, mehr diese Sachbücher, Themen auch wie, wie man sich ein bisschen optimiert, wie man eigentlich Routinen macht und sowas. Aber irgendwie, muss ich ehrlich sein, alles gelesen, viel gelesen, aber nicht, wo ich sage, wow, okay, ich habe das Gefühl, die wiederholen sich viele. Viele verkaufen halt diese Idee von, hier liest dieses Buch, dann weißt du alles. Aber trotzdem irgendwie, the one thing, das ist glaube ich sowas, was mir Spaß gemacht hat. Gelesen habe ich schnell verschlungen. Und das war gut. Ja, okay. Ist notiert. Welche drei Interviewgäste kannst du uns für diesen Podcast empfehlen? Wen hast du bei dir im Netzwerk, wo du sagst, hey, den müsst ihr unbedingt einladen? Oder sie? Das wird durch Michael, also Michael Nutze, wenn er den kriegt. Kann er euch über Daten, über dich, Daten und Fußball was erzählen. Lutz Pfannenstiel würde ich auch empfehlen. Den kenne ich gut aus der Hoffenheimer Zeiten. Das ist ein ein Mensch, der alles erlebt hat, also wirklich alles. Von Fußballkarriere, er hält den Weltrekord als einziger Fußballer auf allen Kontinenten gespielt zu haben. Ah, wirklich? Da hat er einen Pinguin, er war im Gefängnis, er hatte einen Hellstillstand, also der hat alles erlebt. ich glaube, da kannst du fünf Stunden mit dem Interview machen. Und Anton, kannst du gerne einladen. Ja, Anton holen wir nach. Also mich würde interessieren, was er so erzählen würde. Sehr cool. Letzte Frage, lieber Dimitri. und ich danke dir sehr für deine Zeit, für die Insights, mal Einblicke zu haben, wie es in so einer Nische eigentlich, in der ihr unterwegs seid, ist, ein Unternehmen aufzubauen und das sehr erfolgreich, das darf man dazu sagen. Und die letzte Frage, die ich an dich habe und das ist das Schlusswort für diese Folge ist, stell dir vor, es gibt so ein Riesenplakat, was jeder auf dieser Welt sehen könnte. Was würdest du da draufschreiben? Viele Ideen. Viele Ideen. Ne, gehst du in Ruhe durch. Ich glaube, ich würde irgendwas hinschreiben, was den Menschen zusammenbringen würde. Dass dem bewusst wird, dass wir Aber was steht drauf? Was steht drauf? Dass es keine Grenzen eigentlich, dass es keine Ländergrenzen auf der Welt gibt, würde ich draufschreiben, glaube ich. Dass es eine Welt ist. Es gibt keine Ländergrenzen. Wir sind alle auf einer kleinen Kugel. Wir sind alle. Ja. Das ist gut. Das wäre Das ist eine schöne Botschaft. Die lassen wir genau so stehen. Gerne. Danke, Dimitri. Danke dir. Und bis bald. Schöne Zeit noch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.